Im Terminmarkt wird Strom langfristig für die nächsten Jahre gehandelt. Dabei schließen Anlagenbetreiber oder deren Direktvermarkter standardisierte Monats-, Quartals- oder Jahresverträge mit einem Stromversorger an. Dadurch entstehen Terminverträge, die entweder als Base oder Peak abgeschlossen werden können. Während bei Base rund um die Uhr die gleiche Menge Strom geliefert wird, erfolgt die Lieferung bei Peak nur werktags zwischen 8 und 20 Uhr. Natürlich bieten Terminverträge große Planungssicherheit. Allerdings gehen damit auch mögliche Chancen auf einen besseren Preis verloren. Denn Vertrag ist Vertrag. Wenn Sie nun mehr über die anderen Teilmärkte des Strommarktes wissen wollen, schauen Sie einfach in unsere Energieplaylist oder